Sieht gut aus. Durchhalten. Klappt doch. Das sieht doch gut aus. Wirklich, du. Angaloppieren, das passt. Und weiter. Und weiter. Treiben. Bei mir könntest du da noch mehr durchspringen. Da fehlt dir noch was. Da musst du von hinten noch mehr kommen. In der Traptour ist ja eigentlich vom Hinterbein her gut. In der Galopptour könnte noch ein bisschen mehr kommen. Da fängt es auch immer noch ein bisschen an, dass du ein bisschen drückst auf der Hand. Da fehlt dir noch die Mucke, dass ihr das so durchhält. Halt. Pause. Vielen Dank.